Hm, was ist denn das? Ich muss hier doch nochmal weiter. Wo geht's hier lang? Äh, wo geht's hier lang? Äh... Aha. Okay, machen wir. Ja! Ach, das wär ein Geheimgang gewesen. Hm, beim nächsten durchspielen. Mist. Da soll ich nochmal nach North herunter? Nee, da war nur Hitze, hm? Obwohl ich da auch den Sprung garantiert nochmal brauche. Ich schau mir nochmal die Karte an. Ich würd sagen, dann machen wir's mal eine Aufnahme in Päuschen. Oh, ich nehm ja schon viel zu lange auf. So, mal gucken. Was war denn das hier für ein Loch? Wieso bin ich denn da nicht weitergegangen? Äh... Äh... Jetzt würde ich gerne mein Spiel nochmal zurückspulen. Und da links fehlt auch noch was. Ich suche die Ecke, wo ich nicht weiß, wo's lang geht. Ich geh doch einfach mal weiter. Ich... Ich bin heute mal Aufnahme wahren. Gute, dass ich meine Festplatte neulich gerade aufgeräumt hab. Die ist jetzt bestimmt wieder voll. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ah... Nein, jetzt muss ich nochmal laufen. Ach... Der Drücker hat Schuld. Geben wir mal dem Drücker die Schuld. Ähm... Ich schneide. Bis gleich. Du bist nicht mit mir. Ja. Ich schliebe mich. Jungen. Du bist dann immer sicher. Ja. Du bist dann... Tee... Ja. Du bist dann eine Weile. So, wieder da, auf dem Weg nach Dorf her. Ja, hab ja leider eben ein bisschen schlecht geladen, deswegen speichere ich hier nochmal, gerade mal eben, weil ich, ja, weil ich's kann. Ähm, so. Heute, wie gesagt, im Aufnahmewahn. Wo waren wir denn überhaupt? Wahnsinnig. Komisch. So. Hätte ich nicht so viele Tops heute bekommen, wäre ich auch nicht so gierig nach noch mehr gewesen. Ne. Da hab ich schon den Speed, weißt du? Kommt da trotzdem nicht lang. Ich glaube, es hackt. Toll. Ich gehe mal auf den Pinsel. Bob. Die sagen wieder Bob, ne? Fällt mir jetzt gerade rein. Ne. Unter mir ist irgendein interessanter Gang. Tja. Da ging es nur hoch. Ich gehe nochmal nach rechts. Ich wollte die Aufnahme beenden. Verdammt. Jetzt hör doch mal auf das, was ich sage. Also ich jetzt. So. Ich will aber ja nicht. So, hier nochmal gucken. Aha. Das bedeutet ja eigentlich, dass ich von der anderen Seite das kaputt machen muss. Denn hier habe ich nichts. Da komme ich mit den Speed-Schuhen zurück. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Da oben ist zu. Wieso ist hier eine Kohle? Das muss hier einfach irgendwo hochgehen. Ich weiß noch nicht wo. Ich will den Raum haben. Fußstampf. Merkwürdig. Ja gut, hier kann es dann eigentlich nicht mehr weitergehen. Bin ich überhaupt? Doch. Kann es doch. Ja, ja. Blombe oben rechts würde ich sagen. Ja. Ups. Aha. Vielleicht ist ja das wieder so ein komischer, ähm, Kreuzgang, wo ich nur von der einen Seite rankomme und von der anderen nicht. Ähm. Wie soll ich denn hier das Speed-Off nehmen? Hä? Ist das etwa auch ein Rückweg? Ach, nö. Ach, ja. Habe ich etwa nur Rückwege? Ich liebe dich. Ach, guck mal, hier waren wir doch vor einer Stunde schon. Hallo. Boah. Ähm. Da kommt mir gerade eine Idee. Aber so lange kann ich doch gar nicht hochlaufen. Hör ich das schon mal auf? Ich glaube ja nicht, dass das geht. Oder doch. Nein. Hm. Nochmal. Das lasse ich aber nicht auf mir sitzen. Hä? Hä? Ist denn da... Ne, schon aus, ne? Also entweder geht das ganz knapp oder es geht nicht. Nee, es wird nix. Ach, es hätte klappen können. Shit. Achso, muss natürlich, ja. Muss die Energie sammeln und mitnehmen. So, ducken und springen oder wie war das? Ich weiß nicht, wie man das macht. Ach. Das nächste Mal lade ich, wenn ich die Tür durchschreite. Äh, speichern. Ne, ist auch schlecht. Weil die Tür hätte schon auf sein können. Äh. So, wir machen jetzt mal die Tür auf. Jetzt wird gespeichert. Jetzt machen wir das halt Schritt für Schritt. Und sie muss ganz schön viele davon machen. Speichern? Ah, ich hätte einen anderen nehmen sollen. Mist. Ja, dann mach doch was. Ja, dann mach doch was. Wieso springt sie nicht? Ne. Ah, so geht's. Speichern. Geil. Ist aber auch ein bisschen fies. Moment, bevor ich jetzt so schnell bin. Lieber nochmal gucken. Aha. Gespeichert habe ich ja gerade. Okay. Da komme ich wieder zurück. Das heißt, es gäbe zwei Möglichkeiten, hier durchzulaufen. Speichern. Sehr schön. So gefällt mir das. Ne, ich nehme nicht schon zweieinhalb Stunden auf. Ich liebe diese Spiele. Heiße Füße. Okay. Sollte ich hier einen Gegenstand bekommen? Natürlich hält man mich hin. Moment, ist das etwa ein Geschwindigkeitstest? Ne, ich glaube das ist eher Lava, ne? Ja, doch. Warte mal. Ich will mal die sieben nehmen. Ich will mal speichern. Ich will mal hier runter. Ah, und laden. Dann kann ich ja eigentlich auch wieder die sechs nehmen. Ähm, und speichern. Okay. Ja. Okay. So, wenn ich den nächsten Gegenstand habe, mache ich aber wirklich eine Pause. So, ich nehme schon fast zwei Stunden auf. Äh. So. Ja, jetzt bin ich immer gespannt. Ja, ich war sehr gespannt. Das ist ja... Moment mal, speichern. Nicht mit mir. Eine Missl. Wegen einer Missl. Ich habe eigentlich den richtigen Gegenstand gemeint. Toll. Wie lange halten die? Lang genug. Okay. Immerhin eine Missl. Kann ich hier eigentlich... Nee. Ich dachte, hier hätte ich genug Zeit zum nochmal luschern. Dem ist leider nicht so. Ja, schade, ne? Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Das war auch gerade sehr cool von mir. Ich weiß. Och Mann. Jetzt habe ich das aber so schön herausgefunden. Lass mich doch auch mal sucht die sein. Äh, da komme ich nicht mehr hoch, ne? Ach, nö. Muss ich jetzt den langen Weg nehmen? Ja. Mist. Na gut. Ich bin jetzt schon ein bisschen ruhiger geworden. Oh, versus... Oh, das sieht aus. Oh, das sieht aus. Oh, das sieht aus. Nein, ich will da nicht runter. Ich will wieder hoch. Soll ich das da einmal weggemacht? Jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Jetzt muss ich wieder rüber. Speichern. Na komm schon. Soll ich gar nicht rennen? Doch, ich wollte rennen. Ich muss vielleicht auch mal den Speed-Button loslassen. Bei Supermeteorid hatte ich den natürlich immer gedrückt. Ganz einfach, weil es geht. Samus, sag doch mal, wo es jetzt lang geht. Ich weiß, dass da noch ein Geheimnis irgendwo steckt. Stecken muss. Das große Loch auf der Karte vom letzten Mal. Das müssen wir auch irgendwie noch erkunden. Also das da. Da sieht man ja schon, dass es von der einen Seite reingeht. Also, ne? Speichern wir doch mal drüber. Und gucken mal in die Richtung. Es muss hier irgendwo einen Weg geben. Ich weiß nur nicht wo. Ne, da nicht. Bin denn hier? Au. Verdammte. Hier. Ne. Okay. Ups. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hm. Tja, jetzt bin ich wieder hier. Gut. Hm. Schade. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause. So. Und, ähm. Hm. Schade eigentlich. Ich will da unbedingt hin. Na gut. Ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Ich speichere nochmal drüber. So. Ich habe jetzt auch schon... Oh, lang genug aufgenommen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. 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 giờerъeurinamento. гаe dominance. Vielen Dank.